Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich Ihnen jetzt ein paar typische Fehler zeigen, die ganz häufig gemacht werden mit den BPMN-Modellierungsprimitiven, die wir bisher kennengelernt haben. Ich werde Ihnen immer eine fehlerhafte Modellierung zeigen. Ich werde dann kurz einen Hinweis einblenden, dass Sie das Video am besten pausieren, überlegen, ob Sie den Fehler gefunden hätten und erst dann lassen Sie das Video weiterlaufen. Ich werde dann jeweils den Fehler korrigieren und erklären, was der Fehler war. Also lassen wir uns mit dem ersten typischen Fehler beginnen. Hier ein sehr einfaches Prozessmodell, bestehend aus drei Aktivitäten, A, B und C, die durch Sequenzflüsse verbunden sind. Was ist an diesem Prozessmodell fehlerhaft? Pausieren Sie das Video und überlegen Sie kurz. Ich denke, das haben Sie wahrscheinlich direkt gesehen. In diesem Prozessmodell fehlen die Start- und Endeereignisse. Erinnern Sie sich daran, als wir Ereignisse eingeführt haben, habe ich erwähnt, dass es nach der BPMN-Spezifikation erlaubt ist, die Ereignisse wegzulassen. Aber im Rahmen unserer Vorlesung haben wir als Regel festgehalten, dass Start- und Endeereignisse eben modelliert werden müssen. Korrekt würde das Prozessmodell also so aussehen, dass wir noch ein Start- und ein entsprechendes Endeereignis hinzufügen. Schauen wir uns jetzt das nächste Prozessmodell an. Dieses Prozessmodell ist etwas komplexer. Es besteht aus einem Startereignis. Dann gibt es verschiedene Aktivitäten, A, B, C und D, die durch Sequenzflüsse verbunden sind und der Prozess endet mit einem Endereignis O. Was ist an diesem Prozessmodell nicht korrekt? Losieren Sie das Video und überlegen Sie kurz. Was an diesem Prozessmodell nicht korrekt ist, ist, dass die Gateways fehlen. Auch hier wissen Sie, dass die BPMN-Spezifikation die hier dargestellte Modellierung erlaubt. Also es ist tatsächlich erlaubt, Verzweigungen ohne Gateways zu modellieren. Falls Sie sich daran nicht mehr erinnern können, schauen Sie sich bitte das entsprechende Video zu den Gateways nochmal an. Aber diese Modellierung führt dazu, dass die Prozessmodelle sehr schwierig zu verstehen sind. Insbesondere ist auch dieses Prozessmodell, wie es hier dargestellt ist, wahrscheinlich nicht das, was hätte modelliert werden sollen. Korrigieren wir das Prozessmodell mal, indem eben entsprechende Gateways eingefügt werden. Ich füge jetzt an dieser Stelle ein XOR Gateway ein und die Verzweigung sollte beim XOR Gateway starten. Und ja, das ist jetzt natürlich die Frage, wie das hätte aussehen sollen. Wir modellieren das jetzt mal so. Ich brauche noch ein bisschen Platz hier. Wir modellieren das jetzt so, dass es hier einfach eine Verzweigung gab. Und die Aktivität, die eben nur ausgeführt wird, in einem der Fälle. Also das wäre die korrekte Modellierung im Rahmen unserer Vorlesung. Und hier jetzt nochmal den Hinweis, dieses Prozessmodell entspricht jetzt nicht mehr dem, was zuvor modelliert war. Das, was zuvor modelliert war, war nämlich diese Variante. Und genau aus diesem Grund ist das Weglassen der Split- und Joint-Gateways eine häufige Fehlerursache und die sollte vermieden werden. Im Rahmen unserer Vorlesung wird das ganz klar als Fehler bewertet. Hier ist das gleiche Prozessmodell jetzt noch etwas schöner dargestellt, aber auch dieses Prozessmodell ist immer noch nicht korrekt. Ja, es existiert nach wie vor ein Fehler in diesem Prozessmodell. Erkennen Sie, was der Fehler ist? Der Fehler in diesem Prozessmodell ist, dass an diesem XOR Split-Gateway, also an dieser Stelle, eine Frage fehlt. Und außerdem die Bezeichnung der ausgehenden Sequenzflüsse. Um dieses Prozessmodell korrekt darzustellen, müssen wir eben noch eine Frage und eine Bezeichnung der Prozesspfade hinzufügen. Ich habe das hier mal gemacht, das schon vorbereitet. Also zum Beispiel könnte hier die Frage sein, ist der Betrag größer als 1.000 Euro. Wenn er kleiner als 1.000 Euro ist, wird dieser Weg genommen. Wenn er größer als 1.000 Euro ist, wird der obere Weg genommen und die Aktivität D durchgeführt. Wir nähern uns jetzt Schritt für Schritt immer komplexeren Situationen. Ein ähnliches Prozessmodell wie das haben Sie auch schon mal gesehen. Das Prozessmodell stellt eine Situation dar, wo der Prozess startet. Es wird eine Aktivität A ausgeführt. Danach gibt es ein XOR Split-Gateway und abhängig von den Werten von Größe eines Betrages in diesem Fall, ob der kleiner 100, größer 100 oder größer als 1.000 ist, werden dann die Aktivitäten B, C und D durchgeführt. Danach gibt es ein XOR Join-Gateway. Die Aktivität E wird durchgeführt und der Prozess ist beendet. Was ist das Problem in diesem Prozessmodell? Das Problem in diesem Prozessmodell ist, dass die Entscheidungsalternativen beim XOR Gateway nicht sich gegenseitig ausschließen. Wir haben hier zum Beispiel größer gleich 100 und größer 1.000, also wenn jetzt ein Betrag von 5.000 Euro kommt, sind beide Prozesspfade möglich. In diesem Fall hängt das dann von der Implementierung der ausführenden Engine ab, welcher Prozesspfad verwendet wird. Das ist also nicht deterministisch und sollte deshalb vermieden werden. Wie könnte man das vermeiden? Wir können das zum Beispiel vermeiden, indem wir hier sagen, dass der Betrag größer gleich 100 und kleiner gleich 1.000 sein soll. Dann schließen sich die beiden Prozesspfade oder dann schließen sich alle Prozesspfade gegenseitig aus. Das ist jetzt natürlich ein semantischer Fehler des Prozessmodells. Das heißt, syntaktisch ist das Prozessmodell korrekt. Dieses Prozessmodell könnten Sie deployen in eine Prozessengine und ausführen. Sie wissen dann halt in bestimmten Situationen, nämlich bei den entsprechenden Beträgen, nur nicht, was passiert. Und hier kommt das nächste Beispiel. Was ist an diesem Prozessmodell nicht korrekt? Wieder das Video pausieren und kurz selbst überlegen. Auch dieses Prozessmodell ist semantisch korrekt, aber natürlich erkennen Sie, dass diese Verzweigung hier im Zentrum des Prozessmodells, die ist unnötig. Also in beiden Varianten, ob der Betrag kleiner oder größer als 1.000 Euro ist, wird immer das Gleiche ausgeführt, nämlich nichts. Von daher ist das eine unnötige Komplexität und man könnte die eben entsprechend entfernen, somit das Prozessmodell vereinfachen und es deutlich einfacher verständlich machen. Das Prozessmodell würde dann so aussehen und hat genau die gleiche Aussage wie das Prozessmodell zuvor. Kommen wir zu dem nächsten Beispiel. Das ist jetzt ein etwas komplexeres Beispiel. Der Fehler ist vielleicht nicht mehr so einfach zu erkennen. Wie sieht der Prozess aus? Der startet mit einem Start-Event. Danach kommt die Aktivität A. Es kommt ein XOR-Gateway. Abhängig von der Antwort wird B und C ausgeführt. Dann kommt ein Join-Gateway. Dann die Aktivität D. Ich weiß, dass an diesem Split-Gateway keine Frage modelliert ist und keine Alternativen an den beiden Fahrten. Das ist aber nicht die problematische Eigenschaft dieses Prozessmodells. Auch dieses Prozessmodell ist syntaktisch wieder korrekt. Das Problem tritt durch dieses Join-Gateway auf. Das ist ein paralleles Join-Gateway. Ein paralleles Join-Gateway, erinnern Sie sich an die Semantik, wird den ausgehenden Pfad nur aktivieren, wenn beide eingehenden Prozesspfade aktiv sind. Das wird in dieser Situation niemals passieren. Das kann ich Ihnen mal in der Simulation zeigen. Jetzt wurde der obere Pfad gewählt und jetzt steht ein Token an, an dem Join-Gateway. Es wird aber niemals in weiterer Token ankommen, weil in dieser Prozessinstanz eben hier ein XOR-Split stattgefunden hat. Und somit haben wir hier eine Situation, dass es ein Prozessmodell ist, das nie zu Ende ausgeführt wird. Also das Prozessmodell ist syntaktisch zwar korrekt, aber semantisch falsch. Wir haben hier ein Prozessmodell, das niemals zu Ende ausgeführt werden kann. Wie können wir den Fehler korrigieren? Auch das ist relativ einfach. Wir können hier ein XOR-Join-Gateway verwenden. Und wenn wir jetzt diesen Prozess nochmal simulieren, werden Sie sehen, dass er jetzt auch zu Ende ausgeführt werden kann. Aus diesem Grund versuchen Sie, wenn möglich, ein Join-Gateway zu modellieren, das dem Split-Gateway entspricht. Es gibt nur wenige Fälle, wo es sinnvoll ist, das nicht zu tun. Das geht aber über das, was wir im Rahmen dieser Veranstaltung machen, deutlich hinaus. Wieder zurück zu einem sehr einfachen Prozessmodell. Was ist an diesem Modell nicht korrekt? Das Prozessmodell beginnt mit einem Startereignis. Danach gibt es eine Aktivität, alle Bücher zurückgeben. Und danach ist das Prozessmodell beendet, weil es ein Ende-Ereignis gibt. Was an diesem Modell nicht korrekt? Das haben wir in dem Video über Schleifen besprochen. Man darf nicht Objekte im Plural behandeln. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass Objekte, zum Beispiel die Bücher, einzeln zurückgegeben werden. Eine mögliche Modellierung dafür wäre, das so zu tun. Man würde eine Schleife verwenden, also der Prozess startet. Das nächste Buch wird zurückgegeben. Falls noch ein weiteres Buch vorhanden ist, wird hier noch zurückgesprungen und das nächste Buch zurückgegeben. Solange bis die Abbruchbedingung falsch wird und der Prozess beendet ist. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Das ist der Schleifenkörper. Und das hier ist eben die Abbruchbedingung. Und auch daran erinnern Sie sich sicher noch, Abbruchbedingungen kann vor oder nach der Schleife stehen. Das Problem ist, wenn die Abbruchbedingung nach dem Schleifenkörper steht, dass der Prozess nicht durchgeführt werden kann, wenn kein Objekt bearbeitet wird. Deshalb das Ganze auch nochmal als Variante modelliert, die auch funktioniert, wenn kein Buch zurückgegeben werden soll. Das ist nämlich diese hier. Jetzt haben wir die Abbruchbedingungen an den Anfang gestellt. Das ist jetzt ein leicht anderer Prozess. Hier sollen Mahnungen verschickt werden. Also der Prozess startet. Wenn ein Buch überzogen ist, wird eine Mahnung verschickt. Und das wird so lange durchgeführt, bis kein Buch mehr überzogen ist. Und dann ist der Prozess beendet. So viel zu diesem Video mit typischen Fehlern, die mit den bisherigen Modellierungsprimitiven entstehen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.